Hoh und Employee mein Gefehl und zwar denn Luise bei mit den Freiber könnte Klämer Luise die schaffte mt damit sind nun hat gingag als interrupted ich bin ja hier alle kommen ich hab den paar Bäume gepflanzt die ersten große Baum entstanden Farm Karen Kzent planned weil da eigentlich ein guter spawn für scheiß monster ist und genau deshalb leute ich würde sagen erst mal würde ich sagen ich brauche diesen baum hier ab der nervt mich jetzt auch ein bisschen und nur dass ich die selbst länge von dem bekomme das ist so ich könnte mal so ein bisschen rein schauen was ich so alles geklappt habe was habe ich habe vier diamanten ist vielleicht mal spitzex bauen er hat er hat einfach zu niemanden ich habe schon mal jemand ich habe sogar fünf jemanden nein sechs übertreibt einfach alles klar ja was habe ich dann noch diese zu zeigen kiste noch sind gelegt speziell ist die 33 eisen dann habe ich die die beine hier schon das mit dem schwerer blutort und das mit dem blut alter das weg gebaut weil ehrlich ich hatte keine angusten platziere das sind speziell sind patient weil ich diesen großen anteil bauen muss wird wahrscheinlich in der luft eher sein die metallkisten habe ich auch schon und das das ist weil ich aufnehmen so oder packen wir mal das ganze eisen hier rein meine rüstung ja ich habe eine stahlhelm holz brustpanzer holz immer noch als bei schutz und dunkelstiefel auch jetzt zu übertreiben alter ich habe halt engineers ober war gut meine das war es halt läuft bei dem oder ich ich habe ein anderes problem ich komme mir nicht raus und mich halt wirklich nicht mehr raus okay überhaupt so dass da braucht jetzt aber dieses holzchen ob ich habe mich ein bisschen zu weit reingeworkt der richtung ist meine verdammte aus okay lauf hat die ganze einmal im ausgang vorbei wo ist doch gut da sehr gut gut ich will es heute ein bisschen das haus fortfahren und ein bisschen mit haum kraft anfangen das machen wir dann zusammen ich habe mich so eine liste die ich immer gerne durch nehme am anfang du bist gerne listen durch oder ja jetzt richtig harte das so und bei uns ganz kurz ab aber die ganze zeit das gefühl ich denke ich habe ich ganz hier ist goingein bei mir wegen dem ice x dort kannst du gerne mal versuchen so ein fix schafft oder sowas ich hab's halt gerade versucht das ist lustig ja mit dem boden neben und mit brot ja das können die profis alles klar der ist ja noch in csko drinne und ja ich wollte mich nicht passen ich breite mal ein bisschen den wald aus ich hab halt bin so dumm alter ich hab halt noch eine die stelle ich hab's ja richtig schlau komm ich hoffe es war nachkommen die im skitz das hoch waren weil schon Prozent schraubst du das Eisen Eisen ist immer gut dass man einfach das ist das denn uranerz erstmal ist nicht klein machen also kann man nicht genug haben ja das kann ich nur bestätigen auch sehr benutzt aber ne ich meine ist schwer das ist ja jeder scheiße leute leute das geht gar nicht klar kommt kohle nehme ich jetzt auch noch mit schnell dann kannst du machen wie kann ich bloß so machen wo man nicht so geil okay ist geklärt nein es ist weiter nein brustkupfer war ja klar ich habe mich hier mit man das auch gerade brustkupfer ja wie viel vier stück nur woher und gefangen habe ich hab halt hier auch die dafür eine schmelzerei herumstehen mit nur können nicht die blöcke genau ich war jetzt reisen für die erweiterte weiteren schmieden da dass ich jetzt diese scheiß hammer bauen kann ist mein ich hoffe dabei natürlich nicht das bräuchte sich so ab da haben wir eigentlich aber die bäume ich guck mal ganz kurz hier so was hier so existiert und er ist ja ja hier war ich ja schon nach ja 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 hier war ich aber so lange ich bin ich bin jetzt eine woche fast nimmt damit ich mich auch schon ja jetzt wird jetzt auch ein bisschen ich muss ein bisschen schweizen bärenbusch wäre geil kann sich einpflanzen diese fläche so schnell es nur für viele rum 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 das lecker um es regnet kann ich schlafen also nicht nach die sonne sehe ich nicht alles klar gar nicht so viel eisen habe ich denn so dann packen wir das hier mal rein und dann brauche ich für towncraft so wo habe ich meinen geliebten zettel wo ich immer drauf gucke bevor ich towncraft überhaupt richtig groß anfangen ist nämlich so ich gehe erstmal hier und kombiniere thera mit dem wasser das entsteht dann leben viktors genau viktors und perdiot perdiot also chaos entsteht genau der tod modus so dann leben und ordo entsteht dadurch der sonne also luft entsteht dann motors dann war das das und das steht potentia energie also erde und ordnung steht dann natürlich der schöne viktors kristall glas klar alles klar und zwar noch tod und leben x kommt der die seele so leben habe ich kein mehr user in your channel alles klar er ist mal weg hier verpiss dich auch mal so jetzt muss ich eine torch habe ich schon alles klar gut dann haben wir das mal genau ich für einstieg immer die liste ich weiß dass es klingt langweilig leute aber ich will ständig über die liste immer was ich jetzt erforsche so erde wenn man die erde erforscht so dann könnte man doch so in den ofen das haben wir auch schon da kommt ein zombie so kleiner zombie zwei englisch alles klar eine karotte habe ich dort bekommen ist ja nett von denen als gesicht schlafen ach ja ach ja ach ja ach ja das ist nicht der 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 sind so mir hätte so durch drei zum besetz jawoll alles klar gut 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 ich weiß nicht wo nicht kommt genau da kriegen wir diese lehre das ist das ist mir noch zu weit weizen ist klar habe ich ein eichenhölz wasser kinder mal zu kauf krass genau immer noch gucken und zwischen nachhaltigkeit schlecht sich hinten an er man hat wenn wir wohl in einer Gruppe manche uns an die sind die es gibt es nicht Prozent die Tütschen die Chemie erlaubt ich jetzt werden das Gerät alles klar keine magie raus ich könnte mir noch gucken ob die aktie geht das schon genau so schwarzpulver ich weiß nicht perfekt gucken wir uns mal hier so essen zu an es gibt nicht dass das